Wir sind gespannt auf deine Leistung im heutigen Rennen. Viel Glück! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Gut, gut gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Du musst diese Runde reinkommen! Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins ZDF, 2020 Du musst diese Runde reinkommen! Musik Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Musik 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 Wir sind jetzt beim letzten Viertel des Tanks angelangt. Es sind noch 25% Benzin übrig. Musik 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 Dein Vordermann verliert zwei Sekunden pro Runde auf dich. Saubere Arbeit. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Der Abstand zu deinem Hintermann vergrößert sich jede Runde deutlich. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020